Mist, eine haben wir eingebußt. Ja, weil ich das weiterverarbeitet habe. So, guck mal, hier ist dann so eine Rille und da fallen alle Eier rein. Dann muss man hier bloß lang gehen und kriegt alle aufgesammelt. Dann kommt man hier rum und hier ist so eine Ecke. Ecke. Eine Ecke. Okay, mir gefällt's. Die Lege-Batterie funktioniert. Guckst du? So, wird Zeit für die Kühe mal wieder ordentlich zu... äh, 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 Liebe zu machen. das rindvieh nur endlich groß sowie so dann hier very kurz ist da solche setzen nerven während dem let's play da schmeißt hier glas weg aber wie hoch bist du jetzt einfach mal hier falsch das dort rein das dort rein ich will euch mit den iron bars da drüben noch was anfangen soweit nicht das können wir hier drauf tun 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 so dieses dingens hier wird wahrscheinlich ohne grund verlaufen komplett aber okay schicksal das glaubt man kaum es ist so auch wenn man nicht möchte ich mache mir jetzt mal die frage ist natürlich moment da bin ich jetzt mal ein bisschen gewieft video settings texture packs suchen wir doch mal kalle kraft kalle kraft kalle kraft kalle kraft kalle kraft kalle kraft es muss hell sein und hell werden erleuchtung ok da haben was so moment ich mache jetzt experimente wie viele blöcke schafft ein normales holz ein normaler holzblock schafft eineinhalb so also eineinhalb wie viel jetzt ist natürlich interessant zu sehen dass uns das spiel bescheißt wie viel schafft denn hier ein holzblock lustig mit anzusehen ist dass die sie hier schaffen viel mehr zu brennen so damit müsste das jetzt erstmal durchkommen das mit der rinne finde ich finde ich knusper sieht noch was aus finde ich finde ich ja sehr lustig so viel brauchen wir gar nicht wir könnten in der theoretischen fast das zeug machen wie viel brauchen wir dort hinten noch den weh oh oh neue texturen dran gewöhnen wir brauchen noch eins zwei drei vier also reichen sechs sechs clean stones aus mist rennen halt ja nein es sind zu viele zu viele so so dann jetzt einmal treppen so und wenn ich dann hier die zäune noch hingebaut habe was dann nicht mehr so lange dauern dürfte wäre das letzte farm auch erstmal für heute beendet war ja dann doch eine ziemlich große aufnahme die wir hier gestartet haben ähm nochmal fix texture pack wechseln la 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 your basic dann und mist oh oh es läuft es läuft es läuft flüssig mit hd texturen ohne musik ausrufezeichen okay die ist ja im moment sowieso aus so wir machen wir jetzt noch den resten dann also die gatter fertig da da so die schilder gehe ich noch fix anbringen also moment dummheit wird eben leicht unterbewertet so Vielen Dank. Vielen Dank. Also ohne Wurte. ProSono. Moment, wer aber noch auf dem Server... Achso. So rum. Sag mal, Leute, bleibt oben. Bleibt gechillt. Mein Leben ist eine Achterbahn. So, und dann mache ich hier mal schon mal... Den, den, den. Den, den. 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 Und den. Dort, den. 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 Walalalala. Ach ja, hier war Schild, alle. Muss ich noch ein paar machen. Und dann noch Zäune. Ähm, wir brauchen jetzt noch... Eins, zwei, drei. Drei. Drei Zäune? Ich mache einfach sicherheitshalber sechs. Da kann man... Mit sechs kann man nichts verkehrt machen. Na, 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 na. Ich wollte sechs Stück machen. Hm, ist gerade alles ein bisschen ruhig, aber okay. Kann man jetzt nicht so viel dagegen tun. Ich könnte jetzt mehr reden. Ich könnte die Musik auch wieder anschmeißen. Aber ich bin gerade zu sehr in meine persönlichen... Äh, in meine persönlichen, genau. In die Texturen von Honeyball verliebt. Das sollte reichen. So. Das hier haben wir soweit. Ach, Mist. Seht ihr da? Und schon brauchen wir mehr Zäune. Exakt noch zwei Stück. Also reicht das, wenn wir... Hm. Jetzt stellen wir noch zwei mehr gemacht. Naja, gut. Hallo, Kühe. Werden sich jetzt hier aufs Maul gepackt. Bäh. So, und dann zum Schluss setze ich noch die Tore ein und dann beende ich die Aufnahme. Er hat Tor gesagt. I don't believe what he just said. Eins, zwei, drei. Pam. Eins, zwei. Pam. Okay. Das haben wir. Nase krabbeln. Ich werde nichts mit Schilderüberflüssigkeit oder sowas sagen, aber scheiße. Ach so. Ja, da hätte ich ja gleich Das kann ich auch von oben warten. So ist es nicht. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Moment, ich will rennen dürfen. Ich will ein Recht auf Rennerei. Jetzt wird es wieder dunkel für euch, aber sehr viel gibt es jetzt eh nicht mehr zu sehen. Ich habe da gerade Glas gehört. Ja, das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Sinnloserweise zerstört. Du bist bestimmt übergeschnappt. Nicht übergeschnappt. Einfach bloß Aufnahme fertig. Ich habe kein Bock mehr. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich will nicht mehr aufnehmen. Ich habe keine Lust. Ich will nicht mehr aufnehmen. Ja, das ist nicht mehr aufnehmen. Ich will nicht mehr aufnehmen. Wenn du ein temperaturen verwinst. Ich will nicht mehr aufnehmen. Ich will nicht mehr aufnehmen. Das ist fordern. Ja. Manu. Nein. Heißt du, dass die Eier den jeweiligen Gehirn... Man darf doch einfach mal so, just for fun, dort ein paar... Au. Namen hinmachen. Niemals. Hier oben, am Abschmieren. Und schon wieder steht so ein Gollum in meinem Zimmer und ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich's tot machen? Komm, ich probier mal mit der Fliegenklatsche. Mit der Fliegenklatsche. Mit der Fliegenklatsche? Fliegenklatsche, ja. Dann kriegst du wieder? Dein Headset kriegst du in ca. 5 Minuten wieder. Nämlich dann, wenn die Aufnahme mit diesem... Lege... Lege-Blob. You say, ich will nichts sagen, aber hol mich hier raus! Was? Gnügen beim... Gefangensein in der Legebatterie. Gefangensein in der Legebatterie. Lalalalalala. Kevin, komm heim. Kevin! Ah! Ich werde... Nein, ich sag's nicht. Du hast gesagt, du ziehen. Das wollte ich nicht sagen. Das warst du. Du hast du einmalig oder was? Automatisch. Muss ich mal gucken, ob ich... Also, kurze Erklärung. Folgende Situation ist nicht sehr schön. Und auch relativ blöd. Ich hab nicht mehr viel Platz auf der Festplatte. Wir haben heute so viel aufgenommen, dass es mir echt noch nie passiert, dass Fraps... Also, ist mir schon passiert, aber noch nie bei einer einzigen Aufnahme... Dass Fraps dann sagt Tschüss. Also, ich geh jetzt hier hoch und beende damit die Aufnahme. Das tut jetzt echt Not. Damit hat Fraps automatisch beendet. Nächstes Mal machen wir hier mit der Maschine weiter. Ich geh doch hier runter. Ähm, und bis denne. Tschüss, euer Chaosquad Team. Quad!